Und die ganze Masse an die Front kommen. Nein, drei, drei war die Artillerie. Ja, drei war die Artillerie. Mal schauen, ob wir von unten noch was abballern können. Ah, mal einen Schluck Trinkel. So halt. Ja. So sagt mir das niemand, als das geht. So ist es doch zehnmal einfacher. Mal kurz wegen mit den Knochen knacken. Hört man wahrscheinlich ewig jetzt im Mikro. Egal. Ich muss es sagen, also die Mission ist voll gechillt. Können wir doch irgendwas erforschen? Nein. Ach, manno. Ich forsch nur so gern. Sehen wir mal, hier ziehe ich noch so sehr. Hier seid jetzt alles drei. Und ihr fahrt jetzt mal alle darüber. Na, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber so ein schön weit offener Eingang. Wenn ich es jetzt schaffe, noch alle darüber zu bringen, die ganzen Mörser. Schwieriges Sack. Schwieriges Sack. Und ihr seid jetzt eins. Drei, aber jetzt danach. Und ihr werdet in Sonsormodus. Ja. Ja. So gefällt mir das. Oh, herrlich. Komm, nochmal. Es sieht so fett aus, wenn die alle zehn auf einmal schießen. Herrlich. Jetzt macht das Spiel richtig Spaß. Ob, schießen wir in die Mauern kaputt, damit die Schilder durchkommen. Und dann können wir so langsam mal angreifen. Wir könnten auch mal speichern. Und zwar da. Und dann mal etwas näher heranfahren. Arbeitet im Sensor-Modus. Den habe ich ja gar keinem noch mal zugewiesen. Was ist denn da noch so? Oh, 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 oh. Nein, nein. Bleibt ihr da unten? Ihr dummen Idioten. Arbeitet im Sensor-Modus. Ja, komm. Voll vorbeigeschossen. Geil. Nein, die haben... Oh, die Vernichtungskraft. Geil. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir so sehr. So. Ich glaube, wenn ich jetzt Speicher und Neufahrer passiert mir nicht mehr viel. Ihr arbeitet weiter. Jawoll. Komm, referiere den mal noch. Komm, mit zwei. Okay, jetzt fahrt weg. Jetzt muss ich da erstmal vorbeifahren. Vorsichtig nähern. Vorsichtig nähern. Steht noch irgendwas. Wollen wir erstmal die Mauer ein wenig kaputt. Oh, da ist noch mehr drin, als ich gedacht hätte. Ich komm wegen der Schu... Oh, raus, raus, raus. Komm, wir locken sie raus. Wir locken sie raus. Ihr sollt rausfahren, ihr Idioten. Ja, genau. Fall raus, ihr Idioten. Nur einer. Komm, wo ist der Rest? So eine Scheiße. Ich hab gehofft, dass der mehr käme. Ah, repariert mal alles schnell. Hm, das war jetzt noch mehr drin, als er wartet. Egal, wir haben noch 25 Minuten Zeit. Das reicht, um noch ein wenig Zerstörung anzurichten und zu forschen. Schießt er jetzt mal da drauf? Ist der Luft da nicht neifahren? Oh, nein. Oh, nein. Puh. Komm, nur noch mehr, oder? Was passiert euch, wenn ich jetzt so mache? Arbeitet im Sensormodus. Das kann ich scheinbar so nicht angreifen. Naja, muss er es eben so machen. So, zwei. Zwei fällt jetzt mal da drauf. Eins sammelt sich wieder. Komm, schieß mal die Wand da noch kaputt. Ich will da nicht rein. Ja, so ist gut. So ist gut. Und die noch. Und die noch. Komm. Jetzt auf. Macht sie kaputt. Dann kann ich reinfahren. Oh, ja, da können wir Alarming drauf schießen. Jawohl. Wollen wir noch was kaputt, bevor wir reinfahren? Nein, 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 nein. Schön da raus. Schön da raus. Och, ihr Vollidiot. Oh. Gässle raus. Da raus. Nein, ihr Idioten. Oh, Alter. Das macht mir einen Stress, ne? Das ist der Wahnsinn. Oh man, oh man. Eins, los, da rein. Rein da. Schön viel Platz, was ist da noch? Da lauert da noch irgendwas, oder? Oh, ein paar Panzer, komm, die kriegen wir jetzt klein, die Wichser. Und vernichtet sie alle. Die haben doch schon nichts, man. Oh, genau, wir gehen bei Seiten. Wollen nicht noch mehr Einheiten verlieren. Oh, sammeln das dann auch noch auf. Was ist das? Aussammeln. Was können wir denn erforschen? Kommando-Relays. Keine Ahnung, wie die du sind. Gut sind. Was haben wir noch so? Kommando-Relays, wir erforschen mal gerade, was ist das? Fabrikmodul, klingt gut. Nehme, nehm mich sofort. Wo ist denn drei? Wo ist meine Adlerie? Kommt mal her. Ich brauche euch nochmal. Oh, da ist Öl, da ist Öl. Wir sind keine Amerikaner, so geil aufs Öl sind wir noch auch wieder nett. Schieß doch mal auf. Warum ich meine Einheiten riskiere, wenn ich auch einfach so aus der Entfernung angreifen kann. Sieh, so kommen wir in der nächsten Mission, greifen sie mich mit Adlerie oder so an. Nur mir zu zeigen, ey, was du kannst, ne, das können wir voll schon lang. Oh. Der Satz viel mehr jetzt. Artefakt entdeckt. Oh, noch Artefakt ausgezeichnet. Artefakt. Ja, ich hab's mitgekommen, das war alles. Artefakt wurde gefunden. Rückkehr zum Land. Mission nicht. Nein. 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 Nein, ich will was noch ein wenig forschen. Scheiße, wo hab ich zuletzt gespeichert, Moment, jetzt ist... 20, 36, 34, 32. Nein, ich will was noch ein wenig forschen, ihr Arschlöcher, Mensch. So, wir nochmal reinfahren, oder? Ja, ja. Ja, ich darf nochmal reinfahren. Scheiße, ich solle vielleicht mal Missionsziele genau durchlesen. Dann würde mir sowas nicht mehr passieren. Ob wir nicht denn? Na komm, zerstörtes Ding. Das ist doch nur so billiges Panzerle. Zerstören, alles zerstören. Und dann fahren wir mal alle da weg. Zwei, so, was war das für eins? Egal, forschen. Forschen starten. Dann wird das mal gespeichert. Sicherheitshalber. Na komm. Oh, jetzt soll ich da nochmal draufschießen. Ach, egal. Äh, ja. Zwei Kilometer vorbei. Warum auch nicht? Oh. Mit Sensorturms sind so ein wenig genauer, hab ich das Gefühl. Egal, du fährst mal da drauf. Feindliche Basis ausgelöscht. Und ihr fahrt jetzt mal alle da raus, weil ihr nehmt mir noch die Artefakte auf und das... Nein, du nicht. Du darfst, du darfst, du darfst das mal bleiben. Und zwar will ich wissen, was das da oben für Artefakt ist. Vielleicht ist es was Besseres, was sich eher lohnt zu erforschen. Brumm, brumm. So, was ist das für Artefakt? Hartbeton. Hartbeton.